Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Lena Meyer-Landrot, Foto aus dem Krankenbett, nicht immer, wie es scheint. Lena Meyer-Landrot richtet sich trotz Krankheit an ihre Fans. Dass Instagram nicht immer die reale Welt widerspiegelt, gerät leicht in Vergessenheit. Alltäglich versinken wir in Influencer-Profilen und bewundern deren scheinbar perfektes Leben. Sängerin Lena Meyer-Landrot erinnert Sonntagabend aber daran, es ist völlig normal, wenn die Realität nicht immer aussieht wie auf der Social-Media-Plattform. Vor einer Woche postete die 30-Jährige das letzte Mal auf ihrem Instagram-Account. Damals war der Anlass die große The Voice Kids Finalsendung. Ein freudiger Grund, ihre 4,5 Millionen Follower mit hinter die Kulissen der Castingshow zu nehmen. Auf ihrem Profil gibt die Sängerin außerdem regelmäßig Einblicke in ihre Arbeit im Tonstudio und Zusammenarbeiten mit Modeliebels. Lena Meyer-Landrot zeigt sich nachdenklich. Aktuell scheint die Eurovision-Siegerin von 2010 aber nicht so auf Achse zu sein. Denn ihr geht es nicht gut, wie sie ihren Followern am Wochenende mitteilt. So, ich bin seit ein paar Tagen krank, schreibt sie. Auf dem dazugeteilten Bild ist Lena ungeschminkt und sichtlich erschöpft im Bett liegen zu sehen. Was genau die Influencerin plagt, verrät sie aber nicht. Denn nicht, um Mitleid zu bekommen, hat sie das Bild gepostet, sondern um zu erinnern, alles ist normal. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.